Ein Auto zu kaufen ist eine emotionale Sache. Ich möchte, dass das ein perfektes Erlebnis für meine Kunden wird. Für mich ist es ganz wichtig herauszufinden, was der Kunde wirklich will. Denn nur dann kann ich ihn auch optimal beraten. Mir ist es wichtig, dass ich zu meinem Kunden eine Beziehung aufbaue. Ich möchte, dass der hierher kommt, sich wohlfühlt. Wir quatschen ein bisschen über Gott und die Welt, über das, was er möchte, was seine Bedürfnisse sind. Man trinkt einen Kaffee zusammen. Man kennt sich einfach und die Kunden kommen meist auch wieder. Ich finde, der Autokauf ist eine persönliche Sache. Und so versuche ich es selber auch zu gestalten. Und das ist der schöne Moment im Leben eines Autoverkäufers. Ich habe wieder jemanden glücklich gemacht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!